Wenn man aus einer Position der Schwäche verhandelt, wie Deutschland das jetzt machen muss, und es ist ja davon auszugehen, dass dieser Abschwung, dass der mindestens anhält, wenn nicht sogar sich verstärken wird, da kann Amerika nur drüber lachen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Ja, wir blicken alle natürlich gespannt auf die anstehende US-Wahl nächste Woche Dienstag. Wer wird denn das Rennen machen? Wird Kamala Harris vielleicht die erste Frau in der Spitze der USA oder zieht Donald Trump in eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus ein? Um das und noch einiges mehr zu klären, freue ich mich sehr, heute wieder eine absolute Expertin an meiner Seite zu haben, die schon mehrfach bei uns zu Gast war. Sie ist Juristin und Bestseller-Autorin und hat mit ihrem Buch Die DNA der USA bereits viele Entwicklungen vorhergesagt, die wir heute auch so erleben. Ich freue mich sehr, Sandra Navidi, die heute aus New York zugeschaltet ist, begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Navidi, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo Herr Rupero, vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, gefühlt hat er in den letzten Jahren die Polarisierung in den USA immer weiter zugenommen und die Kluft zwischen den Demokraten und Republikanern hat sich ja immer weiter festgefahren oder tiefer gegraben. Ja, Frau Navidi, wie würden Sie denn die Stimmung in den USA aktuell beschreiben? Ist es anders als beim Wahlkampf 2020? Ja, es ist definitiv nochmal wesentlich schärfer geworden. Also die Polarisierung könnte stärker nicht sein. Und das, was auf dem Spiel steht, Donald Trump hat ja gerade gesprochen im Madison Square Garden und hatte einige aus seinem Camp, die dort gesprochen haben. Und das war so drastisch, so gewaltsam, so unglaublich eigentlich, dass man wirklich fürchten muss, dass, ja, das Schlimmste. Was würden Sie denn sagen, welche Themen spalten die US-Gesellschaft aktuell am stärksten? Die Themen, die die Gesellschaft am meisten spalten, sind vor allen Dingen hier die Inflation, Migration und Kulturkrieg. Und bei Inflation ist es einfach so, das kann ich hier auch bestätigen, die Preise sind unglaublich angestiegen. Seit vor Covid, also durch die Bank weg um circa 20 Prozent. Die Gehälter haben nicht Schritt gehalten und das macht sich natürlich im Alltag überall bemerkbar. Man bekommt den Sticker-Schock, wenn man sieht irgendwie, keine Ahnung, Paprikaschote 4,99. Aber das ist ein gutes Wahlkampfmittel für Donald Trump, auch wenn natürlich viele Faktoren, die in diesen Preiserhöhungen mit reinspielen, international, global sind, auf die die US-Regierung kaum Einfluss hat, wenn überhaupt. Und dass auch viel hier Preise hochgetrieben werden von Monopolkonzernen. Sie haben sechs Monopolkonzerne, die für den überwiegenden Teil der Lebensmittelversorgung der USA zuständig sind. Und die haben in Investor-Conference-Calls damit geglänzt, wie ihre Preismacht, die sie dann ausgereizt haben. Also Inflation tut den Leuten weh und wenn man sagt, Inflation sinkt doch. Die Leute setzen Inflation mit Preisen gleich. Die sagen, wie, meine Preise sinken aber nicht und die werden auch wahrscheinlich nicht sinken. Und wenn sie dann hören, Inflation sinkt, dann denken sie, man belügt sie. Also das ist irgendwie subideal. Okay, und dann Migration, da ist es sehr ähnlich wie in Europa. Natürlich USA sind eine Einwanderungsnation, aber hier geht es insbesondere um die illegale Migration. Und da muss man sagen, da hat das, also man kann das nachvollziehen, dass die Bevölkerung eben auch nicht gut findet, dass unbegrenzt viele unkontrolliert über die Grenze kommen. Wobei man sagen muss, dass unter der beiden Regierungen jetzt zuletzt die Zahlen extrem zurückgegangen sind und dass die Republikaner ein Gesetz, was die Demokraten zur Eindämmung der illegalen Migration durchbringen wollten, dass die auf Initiative von Donald Trump das blockiert haben. Aber Migration ist ein sehr, auch hier emotional besetztes Thema, dass Donald Trump und seine Mitstreiter auch gerne immer voll ausreizen. Und dann natürlich der Kulturkrieg, der stark zugenommen hat, also der Anti-Wokism, für den Elon Musk ja auch steht und der zu einem gewissen Maße nachvollziehbar ist. Also da spielt sehr viel mit rein. Was mich aber noch jetzt interessieren würde, ist jetzt zum Beispiel, ich kenne es vielleicht ein bisschen weit hergeholt von Fußballfans, wenn da zwei unterschiedliche Fans aufeinandertreffen, die einfach einen anderen Verein, mit einem anderen Verein sympathisieren. Wie kann man das vergleichen jetzt mit Demokraten und Republikanern in Amerika? Also gibt es da eine gewisse Abdeigung einfach gegenüber, wenn man sich privat trifft? Und wie ist da so die Stimmung? New York hat ein bisschen einen Sonderstatus und insbesondere Manhattan ist überwiegend demokratisch. Also viele Menschen aus meinem privaten Umkreis und auch beruflichen, und das überlappt sich zum Teil auch stark, sind demokratisch. Ich habe auch einige Kontakte, die sind konservativ und sehr konservativ, die entweder sich die Nase zuhalten und Harris wählen oder sich oder gar nicht wählen wollen, jedenfalls keinen Trump wählen wollen. Und dann gibt es natürlich einige Trump-Wähler. Da, es ist so, wenn man neue Leute trifft, dann tastet man sich erstmal so ganz vorsichtig vor, wo der ungefähr steht. Und im Zweifel, wenn es ein wichtiges Gespräch ist, lässt man lieber das außen vor. Und ansonsten weiß man, wo die Druckstellen sind, jeweils bei dem anderen und vermeidet einfach die Diskussion, weil es nichts bringt. Und, was man ja auch noch ganz sagen muss, dass gerade an der Wall Street auch und bei Unternehmen, Konzernen, viele Unternehmenschefs für, oder sagen wir jedenfalls, auch wenn sie Harris nicht toll finden, auf jeden Fall gegen Donald Trump sind, aber sich nicht trauen, das öffentlich zu äußern, wie beispielsweise Jamie Dimon und andere. Und jetzt schon mal prophylaktisch, oder Jeff Bezos von Amazon hat sich da auch hinter Donald Trump mehr oder weniger eingereitet, obwohl er total demokratisch ist und war. Aber die fürchten Repressalien, die gab es ja in seiner ersten Amtszeit oder in seiner Amtszeit gab es die ja auch. Und die würden in einer zweiten Amtszeit noch viel dramatischer ausfallen. Das heißt, was die Leute öffentlich sagen und was sie hinter den Kulissen sagen, da ist auch noch mal ein großer Unterschied. Jetzt sind ja die wichtigen, umkämpften Swing States, wie zum Beispiel Michigan oder Wisconsin, sehr wichtig für den Ausgang der Wahl. Was würden Sie denn sagen? Weil hier in Deutschland bekommt man irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Framing ist, aber man hört eigentlich immer mehr, dass Kamala Harris vorne ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in Amerika schaut und da sich die Buchmacher anschaut, dann hat Trump die Nase vorn. Also will man das hier in Deutschland vielleicht nicht ganz wahrhaben, dass Trump tatsächlich wieder gewinnen könnte? Oder wie kommt es dazu, dass einfach so eine relativ unterschiedliche Berichterstattung über die Wahlen stattfindet? Also wenn der Wahlausgang potenziell so eng verläuft, ist es praktisch unmöglich, Vorhersagen zu treffen. Bei den Wetten, den Finanzwetten auf Trump muss man auch sehen, dass die, das hat das Wall Street Journal und die Financial Times berichtet, dass die zum Teil verdächtig konzentriert aufgetaucht sind, zum Teil auch aus dem Ausland. Also wo man so das Narrativ unterstreichen möchte, dass Donald Trump gewinnen wird, um nachher ein Anzweifeln des Ergebnisses oder eines Verlustes eben gegenüber Harris, um das glaubhafter bestreiten zu können. Es gibt so viele verschiedene Anzeichen, die man so und so deuten kann. So viele verschiedene Umfragen, die von vielen Faktoren abhängen, wie die ausgehen. Und dann haben wir auch das Phänomen, das haben wir letztes Mal, beziehungsweise vorletztes Mal gesehen, ja, beide letzten Wahlen eigentlich, dass zum Beispiel die, die für Trump sind, das nicht sagen wollten. Und es kann auch sein, dass jetzt die, die für Harris sind, also vor allen Dingen eingefleischte Republikaner, die versucht Harris ja auch zu erreichen, indem sie mit Liz Cheney, einer Neocon-Republikanerin, also die kann nicht konservativer sein, sie versucht halt unentschlossen, und diejenigen, die absolut Donald Trump verhindern wollen, mit auf ihre Seite zu ziehen. Und wer da zum Beispiel nicht zugeben will, dass er einen Demokraten, eine Kommunistin wählt, das kann sein, dass er auch, also es ist praktisch unmöglich vorherzusagen. Ich denke mal, um sich vorzubereiten, muss man beide Szenarien in Betracht ziehen. Dann möchte ich mal kurz auf die einzelnen Kandidaten zu sprechen kommen, denn zum Beispiel gibt es ja auf Kamala Harris immer mal wieder Kritik, beziehungsweise, ja, wird ihr Kommunikationsziel kritisiert. Einige werfen mir nämlich vor, also bei zentralen Themen oft unklar zu bleiben und kein eigenständiges politisches Profil zu haben, sondern eher die Linie der Biden-Administration zu vertreten. Und sie hat ja auch vor kurzem in der Show The View die kennen Sie ja bestimmt, oder? Auch auf die Frage einer Moderatorin geantwortet, also die Moderatorin hat gefragt, ja, was sie denn anders als Biden gemacht hätte. Und darauf hat sie ja geantwortet, dazu fällt ihr eigentlich nichts ein. Und ein paar Tage später hat sie dann gemeint, dass ihre Regierung keine Fortsetzung der Biden-Administration sein wird. Also stehen diese zwei Aussagen dann nicht etwas im Widerspruch? Und inwieweit würde sich denn die Politik von Kamala zu beidens unterscheiden? Ja, also die Kritik ist zum Teil schon berechtigt. Sie ist auch nicht meine Idealkandidatin. Sie ist definitiv das geringere Übel. Jetzt muss man sehen, rhetorisch ist sie nicht sonderlich begabt. Sie ist ja Staatsanwältin ehemaliger. Und sie ist besonders gut, wenn es um den Austausch im Dialog geht, wie zum Beispiel bei der Debatte mit Donald Trump. Wo sie nicht so gut ist, ist, wenn sie Reden halten muss. Da ist sie sehr nervös, da hat sie sich aber verbessert. Sie hat dazugelernt in der Amtszeit von Biden als Vizepräsidentin. Diese beiden Aussagen, die waren sehr unglücklich. Sie musste damit rechnen, dass sie kommen. Sie war nicht gut vorbereitet. Sie hat natürlich ein Problem. Die Leute sind tendenziell unzufrieden mit Bidens Politik, insbesondere mit den Preisen. Das heißt, sie will sich davon deswegen distanzieren. Gleichzeitig haben wir eine top-performende Wirtschaft. Also sie sollte jetzt auch nicht sagen, ich mache alles komplett anders und werde alles auf den Kopf stellen. Also das ist ein bisschen das Dilemma, in dem sie sich befindet. Aber ich finde zum Beispiel, ich verfolge auch die Überschriften in Deutschland, dieses Narrativ. Also sie hat überhaupt keinen Plan und sie hat überhaupt keine Vorschläge gemacht. Habe ich zum Teil gelesen, das stimmt auch nicht. Das ist so ein bisschen, man guckt sich morgens Überschriften an in den USA und wenn das gerade rausgehauen wurde, dann kopiert man das, ohne genau hinzugucken. Ja, was hat sie denn jetzt eigentlich gesagt? Man muss ja sehen, sie ist ja überraschenderweise kurzfristig als Kandidatin ins Rennen gekommen. Das heißt, und das spät. Sie braucht etwas Zeit, um ihr eigenes Programm zu entwickeln. Sie kommt nun mal nicht aus der Wirtschaft. Das fällt ihr schwerer. Trump lag zu dem Zeitpunkt ziemlich weit vorne. Das heißt, sie wollte auch vorsichtig sein. Aber wenn man sich jetzt genau anschaut, was sie für einzelne Maßnahmen propagiert, dann sind die durchaus sinnvoll. Und natürlich wird sie einen Großteil von Bidens Politik, die ja sehr erfolgreich war, weiterführen. Ja, jetzt haben Sie es ja angesprochen, dass Kamara Harris ziemlich kurzfristig von den Demokraten ausgewählt worden ist. Würde man dann auch sagen, dass wenn sie jetzt rein theoretisch verlieren sollten, dass die Demokraten da ein bisschen fahrlässig damit umgegangen sind, dass sie einfach nicht früh genug schon jemand anderes, vielleicht dann jemand Besseres ins Rennen geschickt hätten? Ich habe letztens gesehen, dass Michelle Obama zum Beispiel ziemlich beliebt ist bei den Demokraten. Wäre das irgendwie eine Möglichkeit gewesen, also Michelle Obama aufzustellen? Also erst mal, um das vorweg zu schicken, ich bin gegen diesen Celebrity-Kult und ich bin gegen Dynastien. Also dass wir immer nur Clintons und Bushes und dann jetzt so möglicherweise Obamas haben. Sie will es auch gar nicht, aber ich finde diese Idee, es wurde auch Oprah, kam zur Sprache, finde ich alles nicht besonders prickelnd. Also ich finde, das sollte schon jemand sein. Man kann natürlich bei ihr argumentieren, sie hat gedient als First Lady. Aber so grundsätzlich finde ich das schon problematisch. Mit beiden, der war auch in einem Dilemma, weil statistisch gesehen hatte er gegen einen starken Kandidaten Donald Donald Trump als Amtsinhaber die besseren Chancen. Dieser Abfall in seiner Kondition, der muss wohl relativ plötzlich passiert sein, innerhalb von vielleicht so drei Monaten. Habe ich gehört aus Leuten, von Leuten, die mit ihm in Kontakt waren. Wir haben den vor ein paar Monaten gesehen, im Frühjahr, und da kam der total okay rüber. Das kam ein bisschen überraschend, aber nach der Debatte war sofort klar, geht gar nicht, Notbremse. Dass man dann Kamala Harris genommen hat, das lag auch daran, sie war ja auf dem Ticket, sie war damit demokratisch legitimiert. Und das, was gut geklappt hat, ist, was auch anders hätte sein können, was man nicht wusste vorher. Alle Demokraten mehr oder weniger sind in Reihe und Glied gefallen und haben sie unterstützt. Das hätte auch anders aussehen können. Es hätte auch einen Zerfleischungskampf geben können. Und dann, dass sich das Ganze, dieser ganze Entscheidungsprozess, dann noch bis viel später zum Kongress der Demokraten hinzieht. Also das ist noch okay verlaufen. Das Problem ist Kamala Harris. Also die meisten Leute wissen irgendwie nie, wer hier in Amerika, wer Vizepräsident ist und wissen auch wenig über ihn. Sie hatte wenig Gelegenheit, sich zu profilieren. Sie hatte eben diese Unsicherheit. Und dann hat Präsident Biden ihr auch nicht viel Spielraum gegeben und einem Politikfeld, was extrem, also ein No-Win-Ding ist, nämlich Immigration. Da konnte sie irgendwie nicht viel machen und es ist auch wahnsinnig schwierig. Sie hat dann, war der Bad Cop in diesem Szenario, sie hat die rote Karte dafür bekommen. Naja, also es ist subideal verlaufen, aber ich meine auch nicht so ganz schlecht, sonst würden ja die beiden Kandidaten jetzt nicht ungefähr gleich aufliegen. Weil Sie es jetzt gerade nochmal angesprochen haben mit der Migration. Dadurch ja, dass Kammer Harris in diesen Punkten ja wohl auch eher so die Biden-Administration verfolgt, könnte das für viele Amerikaner wahrscheinlich eben ein Punkt sein, sie nicht zu wählen. Denn ich glaube, unter Präsident Joe Biden ist ja die Migration stark angestiegen. Letztes Jahr sollen rund zwei Millionen Migranten an der Grenze registriert worden sein. Und das ist halt natürlich ein absoluter Rekordwert in den USA. Und Trump dagegen verfolgt ja eine härtere Linie in der Einwanderungspolitik, was bei vielen Amerikanern dann sehr gut ankommt. Und wird das nicht einer der entscheidenden Punkte sein, mit dem Trump mehr Wählerstimmen gewinnen könnte als Kremmerler, die ja eher dann einen gemäßigten Weg in der Migrationspolitik einschlagen möchte? Ja, definitiv ist das ein Thema, mit dem Donald Trump punkten kann, auch wenn viele Menschen das gar nicht in ihrem persönlichen Umfeld mitbekommen. Sie sind nicht davon betroffen, dass Menschen ihnen die Jobs wegnehmen und nebenbei gesagt, wir sind bei Vollbeschäftigung. Also dieses Argument, die kommen und die nehmen uns die Jobs weg, das zieht hier überhaupt nicht. Aber es ist eben ein emotionales Thema und es ist ja auch was dran an den Bedenken. Jetzt muss man allerdings auch fairerweise sagen, dass unter der Biden-Administration jetzt gerade in den letzten Monaten die illegale Migration, Border-Crossings stark zurückgegangen sind und dass es die Republikaner waren, die ein Gesetz, was die Demokraten angestrengt haben, auf Initiative von Donald Trump geblockt haben. Das ist wegen der Republikaner nicht durchgekommen und einige Republikaner haben die eigene Partei und Donald Trump dafür auch kritisiert. Also das ist ein Problem. Also ich denke, das, was Kamala Harris weiß, sie muss dieses Problem angehen. Sonst sieht es bei den nächsten Wahlen schlecht aus. Auf der anderen Seite, Donald Trumps Maßnahmen sind extrem, unglaublich radikal. Er will das Militär in die Nachbarschaften schicken, Militärpolizei, vielleicht auch private Sicherheitsdienste. Die sollen dann Millionen Menschen, also Schätzung gehen, von 12 bis 18 Millionen Menschen, sollen dann abgeholt werden und abtransportiert werden. Und da muss man natürlich erst mal ein Lager stecken, weil kann man nicht einfach alles, also logistisch ein absoluter Albtraum. Und es gibt auch viele republikanische Unternehmer, auch Kleinunternehmer, Bauern, die sagen, wir haben dann jemand, der uns im Feld hilft. Oder Hotels, die sagen, uns fehlen die Kräfte. Das wird also die Preise dann stark in die Höhe drücken und hat auch irgendwie ja völlig, wenn Gemeinden da so auseinandergerissen werden. Ich muss sagen, viele Illegale sind auch schon seit Jahrzehnten hier, die zahlen Steuern, die haben sich total eingegliedert. Das hat halt unglaubliche Konsequenzen und wahrscheinlich auch viel Gewalt zur Folge. Und ich fürchte auch, dass dann, wenn einer seinen Ausweis nicht dabei hat, da wird auch gar nicht mehr so genau hingeguckt. Wenn dem Beamten das Gesicht nicht gefällt, okay, weg mit dir. Also es ist schon ein unglaubliches Szenario. Jetzt würde mich aber noch Ihre Einschätzung interessieren. Und zwar hält ja Donald Trump eigentlich weitestgehend an seiner alten Politik fest, oder? Also so Slogan wie America first, was ja eigentlich nichts anderes heißt, als harte Bandagen gegen andere Länder anzuziehen und die eigene Wirtschaft über alles andere zu stellen. Würden Sie sagen, er hat seine Meinungen in gewissen Punkten verändert? Oder ist es immer noch der Donald Trump, den wir von damals kennen? Es ist immer noch der gleiche Donald Trump und wenn überhaupt, dann werden seine Politikmaßnahmen wesentlich drastischer ausfallen. Moderate Einflüsse hinter den Kulissen, die er beim letzten Mal noch hatte, da hatte er noch halbwegs normale Leute wie Rex Tillerson und die Generäle und andere. Die haben ihn zum Teil zurückgehalten. Das einzige Korrektiv, was er jetzt wahrscheinlich an seiner Seite hat, sind Milliardäre wie Steve Schwartzman von Blackstone oder Howard Lutnick von Kenta Fitzgerald oder John Paulson, der einen Russenfonds hat. Aber er hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr extreme Aussagen gemacht und auch Aussagen, die extrem widersprüchlich sind. Also da weiß man gar nicht genau, was kommt. Aber man muss auch beachten, dass die Berater, die er wahrscheinlich hinzuzieht, wie Robert Lighthizer oder Peter Navarro, dass die extreme Ansichten haben. Peter Navarro, besonders im Hinblick auf China und Robert Lighthizer generell, der mit Zöllen kann man alle Probleme lösen. Und also die werden keinen moderierenden oder wie sagt man, besänftigenden, mildernden Einfluss auf ihn haben. Und weil es so unberechenbar ist, kann man sich auch auf nichts einstellen. Also man weiß nicht, ist das jetzt nur eine Drohung, ein Druckmittel, um mehr rauszuhandeln? Oder ist es eine Strafe? Oder ist es legitim, dass sie sagen, nö, wir haben das alles durchgerechnet und so, das macht Sinn? Also ich glaube eher, dass es so die Holzhammer-Methode sein wird, als das Skalpell. Also jetzt nochmal gerade die Strafzölle auch angesprochen haben, das ist ja auch eigentlich, wenn wir jetzt mal hier auf Deutschland blicken oder auch auf die EU, das ist natürlich, was uns bei unserem Export extrem schmerzhaft werden könnte, denn die USA ist ja schon einer der größten Absatzmärkte für Deutschland zumindest. Und jetzt ist natürlich, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehren sollte und sein Wahlversprechen mit höheren Importzöllen umsetzen sollte, könnte die deutsche Export laut, glaube ich, einer IFO-Studie um fast 15 Prozent einbrechen. Also wirklich drastisch. Und wie schlimm könnte es also für die deutsche Wirtschaft werden, wenn Trump tatsächlich wieder Präsident wird und wie könnte Deutschland darauf reagieren? Also es kann schlimm werden. Wie gesagt, es ist gehängt von den einzelnen Maßnahmen ab, aber es ist definitiv negativ für eine Wirtschaft, die sowieso schon schwach performt. Und das ist ein weiteres Problem. Zölle werden häufig dafür genutzt als Verhandlungsmasse. Da wird angedroht und dann geht es hin und zurück. Und wenn man aus einer Position der Schwäche verhandelt, wie Deutschland das jetzt machen muss und es ist ja davon auszugehen, dass dieser Abschwung, dass der mindestens anhält, wenn nicht sogar sich verstärken wird, da kann Amerika nur drüber lachen. Und es hat ja auch getan, mehr oder weniger, Richard Grenell, der ehemalige US-Botschafter unter Trump, hat sich mit Lindner angelegt auf Twitter und ist auch irgendwie so abgetan. Lindners Äußerung war Don Rogen mit Türet, ich kann es jetzt nicht ganz vor Augen, aber jedenfalls, das solle ja nicht so viel Sinn machen. Und die Antwort von Grenell war für uns kein Problem. Das ist natürlich, das Problem ist ganz anders, wenn man aus einer Position der Stärke behandelt und Waren und Dienstleistungen hat, die für die USA wichtig sind. Die USA kann sich da eher abkapseln und vor dem Hintergrund, dass sie sich ja auch stärker engagieren im südostasiatischen Raum. Es sieht nicht gut aus. Das hört sich auch echt nicht gut an, denn wenn man so Trump zuhört, das ist ein sehr Protektionismus eigentlich. Also wirklich versuchen, nur die eigene Wirtschaft zu stärken und gar nicht mehr so transatlantische Beziehungen zu pflegen. Und ich meine, wenn die Strafzölle kommen sollten, jetzt zum Beispiel auf deutsche Autos, dann wären diese ja weniger wettbewerbsfähig in den USA und würden sich damit weniger verkaufen. Und das wäre natürlich ein Schlag für die deutsche Wirtschaft. Also da wäre also nochmal eine Frage, wie könnte sich das langfristig also auswirken für die deutsche Wirtschaft, wenn jetzt wirklich Trump die nächsten vier Jahre nochmal an die Regierung kommt oder Präsident wird? Ja, also wie Sie sagten, neben China sind die USA der größte Exportmarkt für Deutschland. Und es kommt, wie gesagt, ganz drauf an, es war eine Leithäuser, hat auch schon mal sowas verlauten lassen, hier, wir können die Zölle auch auf 100 Prozent hochsetzen, ja. Also im Grunde genommen eine Zugangsschranke errichten, wo es gar keinen Sinn mehr macht, in die USA zu kommen. Wie gesagt, es gibt vielleicht Unternehmenschefs, die da besänftigend auf Donald Trump einwirken können, weil es geht ja nicht nur, sagen wir mal, die Waschmaschine. Waschmaschinen herstellen in den USA freuen sich, weil keine europäischen kommen mehr rein. Mehle sind hier übrigens sehr beliebt. Da können sie ihre Waschmaschinen mehr verkaufen und nicht nur das, sie können auch die Preise hochsetzen, weil der Verbraucher hat ja nicht mehr die Auswahl. Aber es gibt ja auch viele Zulieferprodukte, die die USA benötigen. Aus Europa, die gar nicht so auf den ersten Blick sichtbar sind, die dann auch viel teurer würden oder die sie woanders jetzt beziehen müssten mit höheren Transportkosten, was auch immer. Das heißt, das ist halt so ein bisschen dreidimensional, die Auswirkungen für die USA und da kommt es eben noch darauf an, wie viel Gegendruck hier auch von der Wirtschaft kommt. Aber Donald Trump, man muss sagen, einen Präsident hat, was Zölle betrifft, kann er relativ durchregieren. Da muss er nicht unbedingt eine Einigung im Kongress noch beiführen und wir wissen, wie launisch, wie unberechenbar er ist. Wenn ihm da jemand doof kommt, sagen wir mal Macron oder was auch immer, dann haut er zurück und Zölle sind halt einfach zu handhaben in diesem Zusammenhang. Ja, die sind schnell mal erhoben. Also könnte man eigentlich so sagen, dass Kamala Harris für uns in Deutschland die bessere Wahl wäre, also was die Handelsbeziehungen angeht? Ja, absolut, 100 Prozent. Also was ich hier höre von der B-Ebene, die zusammenarbeiten, politisch und wirtschaftlich, also die, die in der operativen Tätigkeit zusammenarbeiten, sagen, die Beziehung war noch nie besser mit den Demokraten, obwohl die ja auch eine tendenziell protektionistischere Politik fahren. Aber das Wichtigste, sie ist berechenbar. Das ist ja für Unternehmen unabdingbar, dass man weiß, worauf müssen wir uns denn jetzt überhaupt einstellen? Finanziell, welche Teile müssen wir lagern? Wo müssen wir uns umorientieren? Wo werden Lieferketten unterbrochen? Das ist ja auch alles wahnsinnig komplex. Also man kann sich darauf einstellen, man kann mit der Administration dann auch verhandeln und vor allen Dingen, was die Demokraten machen, das sieht man jetzt an der gut performenden Wirtschaft, das macht gemeinhin auch Sinn, denn wir haben jetzt das Soft Landing, wenn man überhaupt von dem Landing sprechen kann, nach den Herausforderungen der Covid-Pandemie, normalerweise wurde gesagt, wenn Zinsen hochgesetzt werden, um eine zu stark performende Wirtschaft abzukühlen, dann führt das zwingend zur Arbeitslosigkeit, haben viele oder die Mehrzahl der Ökonomen vertreten. Das sehen wir hier aber nicht. Der Arbeitsmarkt ist extrem resilient. Natürlich wird die Wirtschaft irgendwann mal wieder schwächer werden, die geht immer in Zyklen, aber bis jetzt ist sie eben total stark und das liegt eben auch an den Politikmaßnahmen von der beiden Administration. Weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, die Zinsen für die US-Staatsanleihen sind ja in letzter Zeit stark angestiegen, was ja dafür spricht, dass ja viele die US-Staatsanleihen verkauft haben. Wie hängt das zusammen? Warum steigen gerade die Zinsen für US-Staatsanleihen, also somit das Risiko, dass ja die USA dafür tragen muss oder kompensieren muss und deswegen höhere Zinsen auf die Staatsanleihen anfallen? Ja, also wir müssen sehen, die großen Rating-Agenturen, die drei, haben die USA entweder herabgeratet oder auf eine Downgrade-Watchlist gesetzt. Das liegt vor allen Dingen, oder haben sie damit begründet, an der politischen Zerrissenheit. Erstens das, also man einigt sich auf nichts mehr, jedes Mal ist immer wieder die Katastrophe, wird das Schuldenlimit hochgesetzt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass die Verschuldung drastisch angestiegen ist. Das liegt natürlich auch an den Konjunkturmaßnahmen der beiden Administrationen. Aber jetzt gibt es ziemlich genaue Kalkulationen für beide Präsidentschaftskandidaten. Unter beiden Kandidaten würde sich die Schuldenlast drastisch weiter erhöhen. Allerdings unter Trump doppelt so hoch, mindestens, wenn nicht noch viel höher. Und das bei keiner soliden im Zweifel Wirtschaftspolitik. Das heißt, Demokraten, wenn man historisch zurückschaut, haben immer tendenziell die Schuldenlast zurückgefahren und eine bessere Wirtschaftsperformance gehabt, dann haben die USA natürlich das exorbitante Privileg des Dollars, der Reservewährung, die stärkste Wirtschaftsmacht zu sein. Also ich würde sagen, unter Kamala Harris ist das Problem handelbar. Unter Trump kann man kaum eine Prognose treffen. Er will ja auch seinen Einfluss auf die Federal Reserve gelten machen, also die Unabhängigkeit unterminieren. Er hat in der Vergangenheit häufiger gesagt, ja, wieso zahlen die USA überhaupt ihre Schulden zurück? Also eben mal ganz klar, das Verhaltsmuster auch aus seinem unternehmerischen Dasein. Ja, und also da sind viele Ungewissenheiten in der Gleichung. Deswegen glaube ich, auch dahingehend wäre Kamala Harris die solidere, deutlich solidere Kandidatin. Das ist sowieso immer wieder erstaunlich mit den Schulden von den USA. Aber wie Sie ja schon sagen, solange die USA eben das Privileg hat, das Geld selber drucken zu können, können sie ja in ihrer eigenen Währung technisch gesehen nicht pleite gehen. Jetzt würde mich noch interessieren, beim jeweiligen Wahlsieg, wie würde sich denn der Wechselkurs von US-Dollar auf den Euro auswirken? Da gibt es Berechnungen in beide Seiten. Goldman Sachs hat gerade gesagt, dass der Dollar sich dann deutlich verstärken würde. Aber es kommt natürlich da auch ganz stark auf die Maßnahmen von Donald Trump an. Also ich glaube, das Beste ist, man hedscht sich. Ja, leider ist ja hier in Europa auch immer noch der Ukraine-Russland-Krieg voll im Gange. Und Trump hat mal in einem Interview gemeint, dass er den Krieg, wenn er Präsident wäre, innerhalb 24 Stunden beenden könnte. Wie genau soll das gehen? Und wie steht Kamala eigentlich zu dem Krieg hier in Europa? Ja, Donald Trump möchte, dass die Ukraine Landzugeständnisse macht. Es soll eine Demilitarisierungszone eingerichtet werden. NATO-Mitgliedschaft soll vom Tisch sein. Und die Europäer sollen dann sich selbst um das Problem kümmern. Unter Donald Trump würde wahrscheinlich dann die Ukraine-Hilfe stoppen. Das wäre ein Verlust für Europa, wenn sie weiterhin helfen möchten, der Ukraine sich selbst zu verteidigen, den sie praktisch nicht auffangen könnte. Hinzu kommt ja auch noch, dass Donald Trump kann zwar nicht eigenständig aus der NATO austreten, rechtlich jedenfalls, weil da gab es einen Beschluss letztes Jahr, dass es nicht mehr so einfach geht. Aber er kann natürlich die NATO-Schwäche, also seine NATO-Mitgliedschaft schwächen und die NATO ausbluten lassen durch finanzielle Mittel, durch Truppenabzug und was auch immer. Das heißt, es wäre für Europa heute auch ganz klar finanzielle Implikationen. Und Kamala Harris würde ähnlich wie Biden diesen Kurs weiterführen. Wobei es auch ihr, es wird schwieriger werden, diese großen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Auch da wird sie Schwierigkeiten haben, das durchzubekommen. Ob das in der Höhe weitergeht, ist unklar. Und bei den Republikanern muss man sehen, das abgesehen von Trump, dass die so ziemlich Fifty-Fifty gespalten sind zwischen den Hardcore-Vertretern, die die Putin-Fraktion stellen und die absolut für eine Aufgabe der Ukraine sind. Und anderen, die noch eher so die alten Reaganites verkörpern, die sagen, nein, also Russland ist schon, wir haben Atomwaffen aufeinander gerichtet, das ist schon eine feindliche Macht und wir sollten der Ukraine weiter beistehen. Also da ist der Weitergang relativ unklar. Aber dass Donald Trump tendenziell immer das macht, was für Russland gut ist, davon dürfen wir ausgehen. Ja, jetzt bildet sich ja auch gefühlt eine zweite Weltmacht, und zwar die BRICS-Staaten. Also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und es schließen sich ja auch immer mehr Länder dieser BRICS-Staaten an. Werden die BRICS-Staaten denn in den USA tatsächlich wahrgenommen? Und wenn ja, gibt es gewisse Positionierungen von den beiden Präsidentschaftskandidaten? Ja, selbstverständlich. Wobei man natürlich sagen muss, das ist eine sehr diverse Gruppe von Ländern, die sehr unterschiedlich sind, die zum Teil gegenläufige Interessen haben. Und Länder wie China zum Beispiel, mit denen die USA, genau wie Deutschland, auch ein sehr komplexes Verhältnis hat. Also in Teilen ist man komplett voneinander abhängig, in anderen Teilen hat man komplett gegenläufige Interessen, vor allem auch Sicherheitsinteressen. Und das hat die beiden Administrationen bisher auch ganz gut gehandhabt, diese chirurgischen Maßnahmen, die sehr gut durchdacht sind. Also mit dem Holzhammer sollte man da nicht draufhauen. Was Donald Trump sicherlich machen würde im Hinblick auf Russland, sind die Sanktionen aufheben. Ich meine, das hat er schon angekündigt. Und ja, ansonsten, Indien natürlich ist sehr stark, aber das sind auch wieder Dinge, von denen auch die USA stark profitieren und immer noch stark abhängig sind. Und ich meine, im Grunde genommen, wenn diese einzelnen Länder gut performen, wie zum Beispiel China, dann hat das auch einen Vorteil für die USA. Für die USA ist es nicht im Interesse, wenn China eine ganz schwache Wirtschaft hat. Und das steht ja im Moment so ein bisschen auf der Kippe und ist noch nicht so ganz klar. Also sicher ist, dass die Länder an sich insgesamt phänomenales Wachstum in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen hatten, dass ihr Zusammenschluss tendenziell vorteilhaft für sie ist. Aber da geht es ja auch um Aspekte, wie zum Beispiel den Einsatz von Währungen. Also sie möchten sich tendenziell wettbewegen vom Dollar und ihre eigenen Währungen einsetzen. Und wenn man sich das im Einzelnen anschaut, dann hat das bisher noch nicht so gut geklappt. Der chinesische Renminbi ist zu stark reguliert. Andere Währungen sind einfach zu schwach. Die will auch keiner haben von diesen Ländern. Also im Grunde genommen ist der Dollar unabkömmlich, auch wenn, wenn man sich das genau anguckt in den letzten Jahrzehnten, er graduell abgenommen hat in seinem Einsatz. Das werden wir wahrscheinlich auch weiter sehen, aber das ist sehr, sehr graduell. Wir werden jetzt nicht über Nacht einen Ersatz der Leitwährung sehen. Und es kommt auch darauf an, wie die USA sich da verhalten. Also Jamie, sorry, J.D. Vance hat zum Beispiel gesagt, ja, nö, also ich bin für einen schwachen Dollar und überhaupt, es ist gar nicht gut, wenn der Dollar die Leitwährung ist. Er vertritt ja die Interessen der Tech-Industrie. Die Tech-Industrie möchte Kryptoeinsätze sozusagen als Leitwährung. Und also da ist eben auch noch viel, was in Bewegung ist. Also weht dann dieser Kryptowind, den man ja irgendwie von Trump davor noch nicht so gewohnt war, eher von seinem Vizepräsidenten J.D. Vance, dass er jetzt auf einmal doch die Kryptowährungen verstärkt irgendwie unterstützen möchte? Ja, definitiv. Und Donald Trump hat ja jetzt auch ein eigenes Unternehmen, wo er in Krypto investiert ist und wo seine Söhne mit drin sind. Also das ist ein hanebüchender Interessenkonflikt. Es war die Rede davon, eine strategische Reserve von Krypto einzusetzen. Und ich meine, in keinem Feld haben wir mehr Betrug gesehen als in der Kryptobranche. Das schaut der Laie ja gar nicht mehr durch. Da kommt ja noch die Dimension des Technologischen hinzu. Und also das wäre ein Riesenrisiko. Aber natürlich die Tech-Titanen wie Peter Thiel und Elon Musk, David Sachs und andere werden alles daran setzen, so viel Macht und so viel Finanzprofit an Land zu ziehen, wie es nur irgend möglich ist. Jetzt haben wir den Bereich Krypto schon angesprochen. Was glauben Sie denn, welche Branchen oder Sektoren sehen Sie noch dann als die größten Gewinner oder aber auch Verlierer sollte Trump die Wahl gewinnen? Also mit zu den Gewinnern wird sicherlich die Gefängnisbranche gehören und private Sicherheitsdienste. Er will ja alle seine Feinde verfolgen und verfolgen lassen. Dann natürlich fossile Energien, die Finanzbranche, die er deregulieren würde. Ja, und dann so viele klassische republikanische Bastionen. Und jetzt im Gegenzug zur Kamala Harris, wenn sie die Wahl gewinnt, welche Sektoren könnten Ihrer Meinung nach von Ihrer Präsidentschaft besonders profitieren und welche eher weniger? Ja, natürlich viele Zukunftstechnologien, insbesondere die im Rahmen des Inflation Reduction Acts gefördert worden sind und übrigens unter einer Trump-Administration würden die wahrscheinlich auch weiterhin bestehen bleiben, denn profitiert haben davon auch viele republikanische Staaten, die zwar dagegen gewählt hatten, aber jetzt zu den Profiteuren gehören und es nicht in ihrem Interesse liegt, da das rückgängig zu machen oder zu irgendwie zu blockieren. Also aber natürlich ein größerer Schwerpunkt bei den Demokraten, bei der Energiewende, da auch die Infrastruktur zu fördern, die Alternative, das Gesundheitswesen, die Baubranche. Sie will ja die Mittelschicht stark stärken und hat da viele Maßnahmen vorgesehen, konkrete Maßnahmen, wenn man die sich anschaut, dann geht relativ klar daraus davor, was profitieren wird, aber da gibt es eben auch mehr Sicherheit als unter Trump. Also okay, fossile Energien und Gefängnis und so, das ist klar, aber was da noch im Einzelnen, da kommt, Donald Trump betreibt eine Willkürwirtschaft, das haben wir schon letztes Mal gesehen, wobei er da noch mehr zurückgehalten worden ist und ich denke, es wird auf eine tendenzielle Oligarchenwirtschaft hinauslaufen, wo Menschen mit großem Einfluss, die ihn finanziert haben, wie Elon Musk, Peter Thiel, David Sachs und so weiter, wo die dann, die kaufen sich praktisch direkt in die Regierung ein, okay, wie in einem Unternehmen und da muss man eben genau auch schauen, also ich denke, zum Beispiel, es wird tendenziell zum Beispiel die großen Tech-Konzerne, wie die darunter performen werden, weil diese Tech-Unternehmer, die haben auch oft in viele Startups investiert, die kleiner sind und die davon profitieren würden, wenn die großen Konzerne geschwächt würden, also da auch eben einiges noch ungewiss und offen. Also, weil Sie es ja auch vorher schon angesprochen haben, dass die großen Milliardäre wie Bill Eggman, Peter Thiel und Elon Musk einfach extrem viel Geld auch in den Wahlkampf von Trump gesteckt haben, also kann man eigentlich direkt daraus sehen, eine Hand wäscht die andere und wenn es jetzt tatsächlich Trump werden sollte, dass so Aktienkurse wie Tesla, die auch in Deutschland sehr beliebt ist, ziemlich dadurch befeuert werden, oder? Ja, es ist eine Vorzugswirtschaft, also wer on good terms ist mit Trump und ich meine Elon Musk, kleine Anekdote am Rand, ich war letzte Woche bei einem Gala-Dinner und hatte einen Sitz nach, er erzählte mir, dass der Sohn von seinem Bekannten, der arbeitet bei der Boring Company in Texas und dann wurde Elon Musk angekündigt, oh, alles in heller Aufruhr, ganz toll, very exciting und kam dann halb elf, glaube ich, war es nachts und dann ging es nicht um die Unternehmenspolitik, um Zukunftsprojekte, um irgendwas Inhaltliches, Elon Musk war nur gekommen, um seine Angestellten zu beschwören, Donald Trump zu wählen, der ist geradezu besessen von diesem Thema, da setzt er jetzt alles dran und es macht auch total Sinn für ihn, weil er wird von den staatlichen Behörden reguliert, mit vielen liegt er im Clinch, er kann mehr Subventionen raushandeln, von denen er schon sehr viel profitiert hat, er kann seine Regierungsaufträge vergrößern und er kann Konkurrenten schwächen, also ein ideales Szenario, natürlich ein absolutes Unding, da müssen wir dann auch mal schauen, was hinter den Kulissen abgeht, weil ja, viele Interessen haben die Tech-Titanen, die ähnlich gelagert sind, aber in vielen sind sie auch Konkurrenten, Peter Thiel verhält sich in letzter Zeit verdächtig still, der hat übrigens auch sich von Russland distanziert und war FBI-Informant, während Elon Musk ja regelmäßig mit Putin telefoniert, genau wie Donald Trump, also da müssen wir auch mal abwarten, was in der Richtung passiert und wer sich letztendlich durchsetzt. Also Elon Musk telefoniert öfter mal mit Putin, ist das richtig? Ja, also das ist schon seit längerer Zeit im Raum, Ian Bremmer hatte das mal gesagt, das hat Elon Musk dann verneint, daran kürzlich ab letzte Woche war es, hat das Wall Street Journal, was Murdoch gehört und was tendenziell eher Trump-freundlich ist, hat diesen Artikel veröffentlicht und die veröffentlichen nichts, wenn die nicht hieb- und stichfeste Quellen haben, mehrere für jede Aussage und da kam das eben zur Sprache und dass Elon Musk Putin auch einen Gefallen getan hat, den Putin für China eingefordert hat. Also Elon Musk ist so der, erst mal ist die US-Regierung zum jetzigen Zeitpunkt schon so unglaublich abhängig von Elon Musk, was Raketen angeht, was Satelliten angeht, was die E-Automobilität betrifft. Erstens und zweitens mischt sich Elon Musk schon ganz aktiv in die Außenpolitik ein, das sieht man ja auch im Hinblick auf Deutschland, da hat er ja schon mehr als einmal Partei für die AfD ergriffen. Also er ist noch nicht mal im Amt sozusagen und dann soll er der Effizienzminister werden und hat auch gerade wieder verkündigt, ja, ich kann Milliarden aus allem streichen. Ja, was sie streichen wollen, sind die Sozialabgaben, also Social Security, was die Amerikaner sich verdient haben, ja, das ist eine Anwartschaft und also man muss sich dann auch mal angucken, das würde jetzt zu weit führen, die extremistischen Ideologien, die diese Tech-Titanen haben und das läuft auf eine, ja, hierarchische, wie sagt man, eine Hegemonie einer absoluten Oberklasse raus, die, wenn wir gedacht haben, jetzt, oh, die Ungleichheit ist so groß und es ist so ungerecht, we haven't seen anything yet, also es kann dann nur noch viel schlimmer werden. Unglaublich, also das finde ich schon sehr spannend, auf jeden Fall, dass so Superreiche dann auch so viel Einfluss dann in die außenpolitischen Entscheidungen haben. Jetzt würde mich noch kurz interessieren, also die letzte Frage und zwar hierzulande sind ja auch viele in deutschen Unternehmen investiert. Jetzt würde ich noch gerne Ihre Einschätzung hören. Meinen Sie, es ist dann immer noch eine schlaue Idee, hier in den deutschen Standort zu investieren, wenn Trump wirklich die Wahlen gewinnen sollte? Also im Hinblick auf Deutschland würde ich zunächst mal sagen, das größte Manko ist, dass die deutsche Politik und die Wirtschaft selbst zum Teil sich einfach schlecht aufgestellt haben. Das ist schon mal im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit kein gutes Vorzeichen. Wenn dann noch die USA hinzukommt und protektionistische Maßnahmen ergreift, auch tendenziell natürlich eher schlecht. Also ich glaube, das ist dann wirklich ein Gebiet, wo es auf die individual, die Mikro-Recherche ankommt, wo man sich einzelne Unternehmen anschaut. Es gibt auch sicher, Deutschland hat diese riesen Mittelschicht und viele geniale mittelgroße Unternehmen, deren Produkte auch weiterhin gefragt sein werden. Also ich glaube, da muss man dann eben ganz genau hingucken, wer ist einigermaßen immun, weil die Produkte so, ich sage mal, Alleinstellungsmerkmal haben, wo deutsche Technologie noch unersetzbar ist. Wettbewerbsfähigkeit bestehen bleiben wird. Bei anderen, also zum Beispiel die Autobranche, schwierig. Hoffen wir einfach mal das Beste. Frau Navidi, vielen lieben Dank für Ihre spannenden Einblicke und Ihre Zeit. Es war wirklich äußerst interessant, Ihre Einschätzungen direkt aus den USA zu hören. Wir sind natürlich gespannt, wie die Wahl nächste Woche ausgeht und vielleicht können wir dann in ein paar Wochen mit diesem Wissen nochmal nachlegen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich schon aufs nächste Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön, Herr Ruffero. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ihm so ist, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wie ist denn eure Meinung im Hinblick zur US-Wahl? Würdet ihr lieber Donald Trump oder Kamala Harris an der Spitze der USA sehen? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Als nächstes empfehle ich euch noch das Video, das wir vor kurzem mit dem Chef von Smartbroker geführt haben, da sprechen wir über das revolutionäre Altersvorsorge-Depot, welches ja Christian Lindner auf den Weg bringen möchte. Das könnt ihr, wie wir uns auf die Rente vorbereiten, komplett auf den Kopf stellen. Wenn ihr das spannend findet, schaut da gerne mal rein. Und sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.